Hier in Bliestorf am 3. November 2012. Was bietest du uns? Laub, alles unten, ob nicht? Ein Teil nur. Wir fahren jetzt mal rechts rum. Wir wollen Richtung Bonneshagen. Und zwar hier rum. Gemeindehaus, Feuerwehrhaus. Was ist da? Hier noch. Kleinberger Turm gibt es auch da. Zicklung war früher mal neu. Dann noch eine Rosenweg. Auch schon lange her. Falls das gebaut wurde. So. Jetzt fangen wir gleich mal links rum. Auch noch mal ein bisschen mitnehmen. Hier die Strecke. Jetzt kann man sehen, euch pusht da so ein bisschen. Hier ein Blick vor. Aber da läuft einer hier auch noch so ein Haus. Das ist irgendwie der Bredenhof oder sowas. Kinderheim, glaube ich. Jetzt kommen wir wieder rein. Nach dem Fließkorb. So. Wollen wir rechts rum. Richtung Grondeshagen. Da werden wir gleich mit der Staunen etwas feststellen. Was Neues. Das sieht man sonst nicht gleich. Noch um die Ecke hier. Da kommen wir aus dem Staunen nicht mehr raus. Wir hätten gleich. Was sich alles so in die Landschaft bauen lässt. Um eine Genehmigung so richtig. Beziehungsweise bevorzugtes Bauen nennt sich das. Atomkraftwerk könnte man auch so sagen. Nein, es ist ein Biokraftwerk. Und die Riesenstelle. Mit Gülle, Pötte. Bis zum Horizont. Das alles hier. In freier Weltnis. Wiesdorf. Das bist du. 3. und... ne. November schon. Das wäre sonst ein Feiertag. Dabei ist leider ein Dauertag. 2012. Tschüss.